Nach dem Terroranschlag von Solingen gerät NRW-Fluchtministerin Josefine Paul weiter in die Kritik. Die grünen Politikerin räumte ein, dass sie seit Amtsantritt 2022 nur ein einziges Mal mit dem für Abschiebungen wichtigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesprochen hat. Die SPD im Landtag wollte wissen, wie eng der Draht der Ministerin dorthin ist. Aus der Antwort geht hervor, dass Paul auch nach dem Anschlag kein persönliches Gespräch mit dem Amt gesucht hat.